Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir blicken mal wieder ins Hebeldepot von der Aktionär und das wird gehegt und gepflegt von Thomas Bergmann, jetzt an meiner Seite. Hallo. Ja, grüß dich, Maike. Wir schauen auf die Werte, die sich noch im Depot befinden. Es hat sich aber auch jüngst was getan, auf das kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber erst mal einen guten alten Bekannten, schon seit März mit dabei, die Allianz. Und jetzt liefert man sich, war auch bislang Spitzenreiter seit einigen Wochen, was die Performance angeht. Aber E.ON, auch da kommen wir gleich noch drauf, scheint jetzt langsam den ersten Platz abzuluxen. Du hast auch jetzt aktuell reagiert und auch hier eine kleine Veränderung quasi vorgenommen. Wir haben hier ja gesehen, dass wir auf ein neues 15-Jahres-Hoch gestiegen waren, konnten zwar oder haben jetzt dieses Niveau nicht ganz verteidigt, aber wir haben uns entschieden, da mal etwas Gewinne mitzunehmen. Die halbe Position wird verkauft, weil wir sagen, die Position ist auch sehr hoch gewichtet im Depot mit 15 Prozent. Wir sehen es hier eingeblendet. Es sind noch die 750 Scheine im Depot. Liegt daran, dass wir das eben erst gemacht haben. Die Hälfte, wie gesagt, wurde jetzt verkauft. Der Gewinn mit 67 Prozent, sag mal, ist in Ordnung. Und von daher sind wir sehr zufrieden, wie sich die Sache entwickelt hat. Wir sehen auch noch weitere Kurschancen. Aber wie gesagt, die Aktie ist natürlich schon gut gelaufen und kann auch mal leicht zurücksetzen, ohne dass hier größerer Schaden angerichtet wird. Apropos gut gelaufen, auch bei den nächsten zwei Werten sah es ja sehr gut aus zuletzt. Wir haben zwei Werte, die du am 16.3. hinzugekauft hast, auch uns wohl bekannt. Zum einen Amazon. Ja, genau. Ist halt leicht zurückgekommen, wie der Unri 1000-Dollar-Marke. Gibt halt doch einige, die mal nach dem Raketenanstieg der letzten Jahre sagen, okay, wir nehmen hier mal Gewinne mit. Ist auch völlig normal. In Euro schaut es natürlich so aus, als ob wir hier eine Art Top-Bildung bekommen. In Dollar, wie gesagt, ist das Bild nicht ganz so wie eben hier eingeblendet. Aber wir sind nach wie vor überzeugt von Amazon. Haben ja natürlich auch schon mal die Hälfte oder einen Teil der Gewinne realisiert. Alles, was jetzt in Amazon in dem Schein drinsteckt, in dem Faktorschein, ist quasi Gewinn. Von daher können wir die Position durchaus noch etwas laufen lassen. Bei Apple, da gab es zwischenzeitlich auch ein paar Kursverluste, also die ganzen Tech-Werte unter Druck kamen, haben sich aber auch dann wieder erholt. Jetzt heißt es auch, das iPhone 8 kommt noch in diesem Quartal, kommt im September das Volk natürlich. Genau. Nach den Zahlen, die Aktie in Dollar, ich wiederhole mich, auf neues Rekord hochgestiegen, sieht man eben hier aufgrund des starken Euro-Anstiegs jetzt nicht so. Aber man kann sich vorstellen, dass hier die Aktie gut gelaufen ist. Auch der Faktorschein mittlerweile sehr gut im Plus. Sehen Sie hier eingeblendet, 40 Prozent hier, Entschuldigung, 36 Prozent, Entschuldigung. Und ja, wir lassen die Aktie und den Schein, den Faktorschein im Depot, weil wir sagen, wenn wirklich das iPhone 8 so wie erwartet kommt noch im dritten Quartal, dann denke ich mal, wird es von den Anlegern sehr positiv aufgenommen und könnte sich dann eben diese Aufwärtstrend fortsetzen. Und dann sehen wir auch in Euro wieder ein neues Allzeithoch. Jetzt schauen wir auf E.ON. Die Spitzenreiter mittlerweile sind im Depot und das dank der guten Zahlen auch, die gestern vorgelegt wurden am Mittwoch. Das ist nicht der E.ON-Charter. Da ist irgendwas im Technik schiefgelaufen, macht aber nichts. Wir stehen... Da sehen wir es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Das passt mit 67 Prozent auch der Schein im Plus. Auch hier hatten wir schon Teilgewinne realisiert. Viele erinnern sich, wir sind ja nachdem bekannt wurde, dass die Brennelementesteuer zurückerstattet wird, stark nach oben geschossen, haben dann diese Bewegung wieder zur Hälfte korrigiert und bewegen uns jetzt wieder nach oben. Man hat gestern oder in dieser Woche gesagt, dass man die Ausschüttungsquote für die Dividende erhöhen will. Das sind alles gute Nachrichten. Auch die Zahlen waren positiv, die Verschuldung wurde reduziert. Also so schlecht schaut es um E.ON nicht aus, nachdem schon ein Abgesang auf die Versorger geschrieben wurde. Heute, am Donnerstag, gab es mehrere Kaufempfehlungen auch für die E.ON-Aktie. Zwar jetzt nicht mit wahnsinnigen Kurszielen, aber alles so um 10, 10,50. Und das ist so der Bereich, den ich mir auch vorstellen kann. Und deswegen lassen wir eben diese Position noch im Depot. Ganz anders im Vergleich zur nächsten Position. Die befindet sich jetzt schon nicht mehr im Depot. Es ist aber ganz neu. Deswegen haben Sie ja noch der Grafik noch gesehen. SLM Solutions. Wir haben heute Zahlen gesehen. Die Gesamtjahresprognose wurde bestätigt, aber der Vorstand sagt, es kommt auf das Viertekartal an, wie gut das läuft, damit man die Ziele erreichen kann. Und wenn ein Vorstand solche Worte verwendet in einer Pressemitteilung, dann schrillen die Alarmglocken bei den Anlegern leider zum Leidwesen unseres Depots. Die Aktie ist deutlich unter Druck gekommen. Wir haben die 200-Tage-Linie geschnitten und das ist ein Signal, um zu verkaufen. Wir sind noch einigermaßen gut rausgekommen im Bereich 36 Euro, sprich bei minus 41 Prozent im Schein. Ist natürlich nicht schön, aber man hat halt nicht nur Treffer im Depot. Das stimmt. Auch bei Infineon, dem nächsten Wert, auf den wir schauen wollen, sieht es noch nicht ganz so gut aus, aber es ist nur leicht im Minus. Also da kann sich dann doch noch alles drin. Das ist marginal, ja. Also da lassen wir mal die Kirche im Dorf. Infineon ist super aufgestellt, was das autonome Fahren betrifft. Der Chef sagt immer wieder, es fährt kein Auto autonom ohne einen Infineon-Chip und das sagt eigentlich alles. Das ist ein Trend, der sich über die Jahre jetzt entwickeln wird und da ist Infineon super positioniert und auch im Industriebereich läuft es sehr gut. Minus drei Prozent. Also das ist beim Schein nichts. Gut. Dann schauen wir auf SMA Solar. Da sieht es doch sehr gut aus. In der Vorwoche hat man ja von der Prognoseerhöhung profitiert. Ja, genau. Heute gab es endgültige Zahlen, gibt leichte Gewinnmitnahmen. Sehen wir hier jetzt 1,28 fällt die Aktie. Aber ja, ist natürlich auch überragend gelaufen. Wir waren hier mit dem Ausbruch live dabei, sage ich mal. Jetzt gibt es eine kleine Konsolidierung nach eben den Zahlen und das ist aber auch vertretbar. Wir hatten ja auch hier die Hälfte verkauft, nachdem wir eben so stark gestiegen waren nach der Prognoseerhöhung und lassen das Ganze jetzt erstmal noch laufen. 40 Prozent etwa plus. Auch da sind wir zufrieden. Echt neu im Depot. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen Tencent und hat sich auch sehr gut entwickelt seitdem. Also da steht es 23 Prozent. Genau. Mittlerweile sind wir glaube ich sogar noch etwas höher. Also die Aktie entwickelt sich gut, profitiert halt von dem Internetrausch in China, dass hier auch alles digitalisiert wird. Und was soll man zu dem Chart noch sagen? Es hat schon etwas Bauchschmerzen verursacht, da noch reinzugehen. Aber die Aktie kommt auch nicht zurück. Und das ist einfach eine starke Trendaktie. Und das kann man halt sehr gut spielen mit einem OMC-Hundschein auch. Und von daher erfreuen wir uns der Kursgewinne. Und auch in dieser Woche hast du was Neues mit dabei für uns, wobei du es glaube ich schon Ende letzter Woche zugekauft hast. Volkswagen. Warum hast du gerade jetzt zur aktuellen Situationlage dann hier zugekauft? Ja, man sieht es. Wir haben einen starken Abwärtstrend, kurzfristigen Abwärtstrend. Wir haben hier einmal die 136er Marke unterschritten gehabt. Ich muss jetzt schauen, wahrscheinlich hier, das ist die 130er Linie, wird verdeckt. Das ist nicht ganz der aktuelle Kurs 129, 23. Wir stehen schon bei 127 Euro. Neues Verkaufssignal, ich sage mal Anschlusspotenzial, Korrekturpotenzial bis 115. Das wären dann einen Schein von 4,20 Euro. Das ist so das Ziel für diesen Mini-Short auf die Volkswagen-Vorzüge. Und ja, ich denke mal, da werden wir noch unseren Spaß dann haben. Gut, lassen wir mal ein bisschen handeln. Ist ja noch nicht so lange mit dabei. Gut, das war's. Wir wollen noch den Überblick anschauen. Hätte ich fast vergessen. Da sehen wir die komplette Performance seit der Auflegung, über 26 Prozent. Cache ist auch noch ein bisschen drin, aber Du hast ja jetzt aufgestockt. Genau, eben. Also, alles bestens. Danke, danke für heute, Thomas. Sehr gerne. Danke auch Ihnen. Nächste Woche dann ein weiteres Update zum Hebel Depot. Schön, dass Sie dabei waren. Bis dahin.